Na das hört sich ja wieder super an da drin Oh, ich seh gerade meine Waffe ist ja auch nicht mehr so aufgeladen Ich kann sie nicht mehr aufladen, achso weil sie voll geladen ist oder wie Ja, sehr schön Ich wollte nur sicher gehen, dass meine Waffe voll aufgeladen ist Ja, ja! Ah! 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 Ich denke, es ist ein Brocken-Aus! Na, wo sind der? Habe ich gerade eingesammelt. Da! Auf einmal Schwert. Oh! So, Marnie liegt hier. Gut, der ist ja weit gekommen. Gut, soviel zu Marnie. Bin ich mal gespannt, wo der Rest seiner Familie gelandet ist. Ich denke, es ist so cool. Ja! Ich denke, es ist so cool. Ich denke, es ist so cool. Oh! 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 Ah! Oh! Oh! Alli! It war ein! Ich bin jetzt den- Oh! Wenn sie0! Ouch! Oh! Also wenn man Ladung sparen kann, dann kann man ja sicher gleich sowas nehmen. Aber so verkehrt ist es nicht, das Zeug hier zu machen. Frostbissgifte. Eh. Wo ist denn der Typ hin? Hier auch noch einer. Was sind denn die? Ich bin der Typ hin. Sieg! 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 Ich werde ein bisschen Zerstörung mal lernen, indem ich das einfach mache. Verkehrt ist das jedenfalls nicht. Doch ich werde doch auf Magies gehen und es kann stärker werden. Es wird auch stärker. Äh. Okay, jetzt machen sie mich fertig. Puh, eine ist weggegangen. Okay. Ah, shit. Kacke. Halt, Maul! Geh mal lieber runter und kämpf. Mir wird das auch nicht weiterhelfen. Ich suche mal einen anderen Schrei. Todeszeichen ist glaube ich gar nicht mal verkehrt her. Ja. Geh! Exhaust! Oh Mann, oh Mann. Geh! 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 Gut wird diese Viecher eklig sind ey. Gut wir sollten diese Viecher umbringen bevor sie schlüpfen. Sophie ist sicher. Das Problem ist, die sind irgendwie mir viel zu stark. Ich habe jetzt nichts was jetzt ab AD viel mehr Schaden macht. Hm. Hey wie kriege ich den nicht platt und ich fürchte ich komme ohne probleme nicht durch. Geh mal wieder zurück. Was ist es? Ich habe es lieber ein wenig Spaß gemacht. Und was sind jetzt die Stecksenfeile? Scheiße. Gut. Die machen so viel Damage allein mit ihrem Gift und weil die zu viel aushalten. Na toll, jetzt hab ich den aus... Das ist eigentlich total unfair. Das war doch noch ein fetter. Ey, das ist abartig viel. Abomination? Warten wir schon mal. Alter, was für ein Fisch. Monster. Ihr wisst, Viecher. Ich bringe euch um, wenn ich es muss. Jetzt bezahlt ihr... Das ist auch der Ursprung der Morde. Jetzt bezahlt ihr... ... Ich bin ein Unwenniges los. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Das ist genau hinter der Wand. Ich glaube, die waren auf irgendetwas anderes gepolt, deswegen haben sie mich nicht angegriffen. Boah. Habts Übelreste. Kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ich habe gesehen, das Aufladen bringt, glaube ich, rein gar nichts, weil die Aufladung war ziemlich schnell wieder weg. Na ja, Fakt ist, Hub wurde von diesem Viech ermordet. Dann geht's mit Methoden, Leutze. Unwennusik Neukuruk